Liebe Widder, das Jahr 2023 verspricht für euch ein äußerst erfolgreiches und erfüllendes Jahr zu werden, insbesondere dank der Einflüsse des Mars eures Herrscherplaneten. Euer Horoskop deutet darauf hin, dass geschäftliche Partnerschaften im Fokus stehen und es ist ratsam, in diesen Angelegenheiten ruhig und bedacht vorzugehen. Die Sterne stehen günstig für die Planung neuer Ziele und Vorhaben, insbesondere durch die unterstützende Energie von Jupiter. In Sachen Liebe wird betont, dass eure Unabhängigkeit und Freiheit einen wichtigen Platz in eurem Glück einnehmen. Ihr seid ein Glücksfall für euren Partner, solange ihr euch frei fühlt. Das Jahr könnte möglicherweise Herausforderungen in Beziehungen bringen, wenn Liebe, Lust und Leidenschaft zu einer täglichen Pflicht werden. Das Horoskop sagt voraus, dass ihr die perfekte bessere Hälfte finden werdet, die zu euch passt. Besondere Liebessterne leuchten für euch vom 20. Februar bis zum 18. März und auch zwischen dem 11. April und dem 6. Mai besteht die Chance auf eine vielversprechende Begegnung, besonders für diejenigen, die noch alleine unterwegs sind. Beruflich verspricht das Jahr 2023 viel Bewegung. Jupiter öffnet im ersten Halbjahr die Türen zum Glück, insbesondere für Selbstständige. Die Nachfrage steigt, der Kundenstamm wächst und es könnten sogar Investitionen in Betracht gezogen werden. Auch in festen Jobbeziehungen stehen angenehme Überraschungen bevor. Nutzt eure Fähigkeiten, Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Das Maß Jahr bringt auch gute Aussichten für vermietbare Geschäfte, wird allerdings geraten, im Herbst von beruflichen Veränderungen abzusehen. Der November könnte hingegen Chancen für Weiterentwicklung bieten. Gesundheitlich zeigt sich das Jahr als stabil, vor allem dank der positiven Einflüsse von Maß. Selbst Stressphasen können ihr gut bewältigen und ihr versteht es, rechtzeitig Ruhepausen einzulegen. Achtet auf euren Körper und nehmt kleine Zipperlein ernst, um chronischen Beschwerden vorzubeugen. Der Sommer verspricht eine Phase der Regeneration, ideal für einen Urlaub oder eine Kur. Maß steht im September ungünstig, daher wäre es ratsam, sich in dieser Zeit nicht zu überfordern. Insgesamt dürft ihr euch jedoch auf ein Jahr über beste Gesundheit freuen, und kleinere Beschwerden werden rasch überwunden. Also, ich hoffe es wäre auch, dass Sie gerne ein paar Jahre auf der Gründung her觉 exotices Blumen verstüne Åtbreue machen. Vielen Dank.